Oh, heute habe ich auch schwerte Bedingungen im Moment, weil gerade justamente, wo es bei mir da im Video losgeht, meint mein Albet, es muss unbedingt gerade die YouTube-App aktualisieren, ich glaube ich flippe aus. Schön, okay. Hallo, hallo, hallo ihr Lieben, nochmal ein liebes Hallo in die Runde. Und jetzt hoffe ich, dass es dann da bald funktioniert, damit ich euch wieder sehen kann. Aber, macht eigentlich auch nicht wirklich was, starten wir einfach einmal so los und ich quassle mal ins Blaue. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt, wenn ich nicht sehe, was sich da so tut. Schön, okay ihr Lieben. Wir starten jetzt gleich als erstes los wieder mit der Verlosung dieser Woche. Sonst vergiss ich das zum Schluss noch und das war ja ganz fatal. Und ihr wisst ja, diese Woche hat es gegeben, das Stempelset wie Muscheln. Inklusive der passenden Standsteile, natürlich was ganz original neu, eh klar. Plus dem wunderschönen, dazu passenden 3D-Prägefolder. Also es war wirklich eine ganz, ganz große Geschichte dieses Mal, was es gegeben hat oder was es jetzt gerade gibt. Und jetzt werden wir uns natürlich anschauen, wer das gute Ding gewonnen hat. Ich bin schon ganz, ganz neugierig. Das ziehen wir jetzt als allererstes raus. Ihr seht schon, durch das, dass wir unsere Verlosungen jetzt wöchentlich machen, ist natürlich die Gewinnchance ziemlich gut. Okay, so, ich bin mal gespannt. Der Rommelwirbel, wer wird es wohl werden? Himmel, geh auf. Schön, okay. Die Angelika, was für ein Wahnsinn. Angelika, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem mega, mega Gewinn. Ich freue mich unfassbar. Das heißt, dieses Set bleibt in Tirol. Es hat gar nicht so weit. Schön, ich freue mich. Gut, ihr Lieben. Das war also jetzt gleich die Verlosung und jetzt ist auch mein App so weit. Jetzt kann auch das endlich losgehen, dass ich wieder in Ruhe mit euch plaudern kann, sonst geht ja das genau gar nicht. Okay, so, live. Gut, da klicken wir mal drauf. Live ist schon mal gut. So, okay. Also, ihr Lieben, dann möchte ich gleich ankündigen, was es nächste Woche gibt. Und zwar, nächste Woche werde ich den guten Temperatus nochmal verlosen. Und zwar mindestens einmal, möglicherweise aber sogar zweimal. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab. Und zwar mache ich es ein bisschen davon abhängig, wie viele jetzt in der kommenden Woche bei mir bestellen. Ich möchte mich, dass es wirklich eine super gute Chance wird auf den Temperatus für jeden. Und wir haben heute erfahren, heute in der Früh, dass Stampin' Up eine mega Aktion hat. Und zwar wird es ab heute Abend um 23 Uhr für 24 Stunden die Möglichkeit geben, versandkostenfrei zu bestellen. Ab einem Bestellwert von 40 Euro. Oh, das finde ich so mega. Ich finde, immer versandkostenfrei ist der Oberknaller. Das finde ich total, total, total bärig. Und Starlight, um 0 Uhr kam die Mail. Also, Starlight hat mir leid. Aber um 0 Uhr schlafe ich. Also, ich habe es heute in der Früh gesehen. Und ich finde, spielt auch keine Rolle. Also, seit heute wissen wir auf jeden Fall, dass diese Aktion kommt. Und ich finde es total ein Knaller. Und es ist ab 23 Uhr heute Abend bis 23 Uhr morgen. Also, man hat genau 24 Stunden Zeit. Und in diesen 24 Stunden ist Versandkosten befreit ab 40 Euro Bestellwert. Und bitte denken Sie dran, um in den Lostopf zu hüpfen, brauchen Sie natürlich bei mir einen Bestellwert von 60 Euro. Also, das bleibt gleich. Pro 60 Euro gibt es also ein Los für die nächste Verlosung. Die nächste Verlosung wird am Dienstag wieder sein. Und es gibt eben Minimum eines Temperatus. Je nachdem, wie viele bestellen. Vielleicht sogar zwei. Mal gucken. Ich schaue mal. Ich lasse mich ja diesen Monat wirklich nicht lumpen. Und alle, die jetzt heute nicht gewonnen haben, brauchen wirklich gar nicht traurig sein. Es gibt für jeden ein kleines Geschenk. Da werden im Laufe dieser Woche noch Briefchen rausgehen. Die ersten Briefe sind schon gestern und heute angekommen bei die Mädels mit den Trostpreisen. Die haben sich alle sehr gefreut. Also, von daher, ja, die, die sagen nichts wie ran, nützen Sie die Versandkostenfreie Bestellmöglichkeit. Die ist einfach der Hit. Und natürlich zählt auch alles, was im Onlineshop bestellt worden ist. Und ganz ehrlich, ich würde absolut den Onlineshop nützen. Das ist ja der totale Megahammer, wenn man jetzt keine Versandkosten hat und es wird direkt zu einem nach Hause geschickt. Also, noch feiner kann es gar nicht sein. Und bitte, wer unter 200 Euro bestellt, vielleicht denken Sie an meinen Gastgebercode. Da freue ich mich immer mega. Den Gastgebercode finden Sie bei mir auf dem Blog. Also, auf die Wunderwelt aus Papier. Alles zusammengeschrieben.com Da finden Sie den aktuellen Gastgebercode bereits fixfertig vorbereitet für Österreich und natürlich auch für Deutschland. Also, ihr habt es gut. Ach, schön. Und ich habe es mit euch auch gut, möchte ich gerade einmal sagen. Okay, ihr Lieben. Dondi, die sagen, jetzt widmen wir uns aber dem heutigen Video und zwar oder dem heutigen Thema und zwar der Floating-Technik. Und dazu habe ich natürlich auch wieder zwei Beispiele vorbereitet. Und zwar zum einen ist es diese Karte. Und das Besondere bei dieser Karte ist, schaut jetzt auf den ersten Moment durch die Kamera wieder einmal nicht so besonders aus, als wäre es normal gestempelt, ist es aber tatsächlich nicht, sondern es ist alles schwebend. Seht ihr das? Alles erhöht. Und durch diese Technik, der Floating-Technik oder Floating-Frame-Technik, ja, ist es einfach wie aus einem Guss sozusagen und trotzdem schwebt es so auf der Karte. Es schaut wirklich, wenn man es in Natur in der Hand hat, schaut das unfassbar gut aus. Also, da ist das wirklich ganz, das hat logischerweise eine totale 3D-Optik. Und es schaut einfach total super aus. Und aus dem zweiten Teil, der da entsteht, habe ich diese Karte gebastelt. Das ist also sozusagen der Rahmen, der davon noch übergeblieben ist. Und so schaut der aus. Und ich finde das ganz, ganz, ganz entzückend, wie auch dieser Rahmen da so zart herumgeht. Das ist jetzt alles ganz in Lindgrün gehalten. Also, es ist in Lindgrün gestempelt und dann mit den Lindgrünen Stampin' Plants gearbeitet und das Ganze dann schön mit Dimensionals aufgesetzt. Da sieht man das jetzt ganz gut. Und schaut richtig, richtig gut aus. Und die Zwischenfächer, also die Zwischenbereiche, habe ich gerade noch mit Stempel ausgefüllt. Ja, das ist also jetzt die Variante mit unserem schönen neuen Schmetterling-Set. Übrigens, wer das noch nicht hat, ist jetzt morgen der Tag dafür. Oder heute ab ab 23 Uhr viel mehr. Ja. Und wer nicht im Online-Shop bestellen mag, der kann mir natürlich die Bestellung auch schicken. Dann erledige ich das. Ist ja logisch. Okay, aber jetzt zurück zum Thema. Das ist also jetzt beides aus den Schmetterlingen gearbeitet. Und ihr seht es vielleicht schon. Der Teil ist da der Innenteil. Ich glaube, so sieht man es jetzt eh ganz schön. Also, man kann beide Teile dann verwenden. Ich habe es halt da jetzt dann so seitlich an die Karten gesetzt, weil mir das sehr gut gefällt. und da eben so schön den Rahmen gesetzt. Okay, und jetzt möchte ich gerne eine zweite Variante machen. Und die zweite Variante wird jetzt eine bunte Variante. Also nicht ganz einfärbig, obwohl ich ja das Einfärbige wirklich total gern mag. Also ich bin ja eigentlich, ich liebe dieses Teil. Ich habe die Pastelblume, das Schmetterling-Set ist der Knaller. Das finde ich auch. Also ich finde das auch jetzt mal wieder gut. Okay, und auf meinem Blog habe ich bereits geschrieben, wer gerne sofort mitmachen möchte, kann das natürlich tun. Da habe ich gesagt, bereiten Sie sich einiges Gestempeltes vor. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Ich habe mir also aus dem wunderschönen und nicht so sehr beachteten Blumen voller Freude wieder einmal das zur Hand genommen und habe mir da diese Blümchen abgestempelt und auch die Blätter, die zwei. Und den Innenteil habe ich verwendet für das große Blümchen und den Innenteil für diese und diese Blümchen. Also es schaut richtig total nett aus, finde ich. Und man kann wirklich total super ausstanzen damit. Also es ist ein ganz super Set. Ja, und dann habe ich mir von dem bestickten Rahmen den allergrößten genommen und den dritten dazu. Also da sind noch zwei Größen dazwischen. Den dritten sozusagen vom großen nach innen gezählt, habe ich mir da dazugenommen. Und bei dem beginne ich jetzt. Und zwar ist bei dieser Floating-Technik oder Floating-Frame-Technik oder schwebenden Technik, ist es ja so, dass man normalerweise die Teilchen, die man sich halt ausstanzt, dann auflegt. Und dann gibt es da so eine spezielle Folie, die so ein bisschen klebend ist. Ich habe damals ein Stückchen gekriegt von meiner lieben Claudia, von der Stempel-Claudi, die heute auch im Chat ist. Hat sie mir einmal ein Stückchen geschickt von dieser Folie. Und das ist natürlich mit der Folie ganz gefährlich. Da geht das ganz gut. Aber ich war dann irgendwie nicht bereit, mir so eine Folie zu kaufen. Und habe mir überlegt, das muss doch eigentlich auch anders gehen. Und ja, mir ist natürlich wieder etwas anderes eingefallen, wie man das auch noch lösen kann. Und das werde ich euch jetzt dann gleich zeigen. In erster Linie werde ich also da jetzt einmal alle meine ausgestanzten Teilchen da so auflegen. Und zwar einfach so, wie mir das gefällt. Ich habe mir dann da noch so die ganz kleinen Schmetterlinge jetzt dazu genommen, weil ich die eigentlich auch ganz süß finde. Und so ganz kleine Blätter habe ich mir da eben noch dazu geholt. Und die werde ich mir da auch reinlegen. Und ich lege das jetzt alles ganz dicht an dicht, weil bei dieser Technik das wirklich am schönsten ausschaut, wenn das da ganz dicht ist, aber nicht überlappend. Das heißt, da könnt ihr euch einfach ein bisschen spielen, das Ganze auflegen, wie es euch eben am besten gefällt. Ich mache das jetzt gleich. Ich plaudere halt mit euch in der Zwischenzeit ein bisschen und spiele mich da ein bisschen mit meinem Blümchen. Leg das eine dort hin, das andere da hin. Ich habe das übrigens gestempelt mit Kirschblüte. Und zwar den ersten und zweiten Stempelabdruck habe ich davon verwendet. Durch das habe ich so ganz helle rosane Blümchen gekriegt und auch die kräftige rosanen. Und ich finde das ganz lieb. Mir gefällt das total gut. Mir gefällt gerade auch das ganz helle, zarte da dazu total gut. Mit dem zweiten Stempelabdruck. Also auch da könnt ihr euch ruhig ein bisschen spielen. Okay, das fuchst da gerade ein bisschen. Ja, und so lege ich mir das heute auf und lege mir das dazu und bastel da ein bisschen rum. Und bin mir da vielleicht noch die kleinere. Und guck mal, wie das am besten ausschauen könnte. Okay. Dann schauen wir mal da. Und da könnte man noch so ein Gras oder so ein Blatt dazu legen. Also das ist jetzt momentan noch gar nicht so tragisch, wie das da so ausschaut. Weil ich suche mir dann im Endprinzip, wenn ich das da alles so aufgelegt habe, dass es mir halt dann gefällt, dann suche ich mir den Teil raus, den ich dann verwende für diese Technik. Ja, genau so. Und genau so mache ich das. Okay, jetzt legen wir da vielleicht noch ein kräftigeres Blümchen dazu. Und da ziehen wir noch so ein Blattdall raus. Ach, ich finde das ganz entzückend. Das legen wir noch da her. Im Prinzip brauchen wir ja gar nicht so viel. Also ich glaube, dass ich ja da mehr zugeschnitten habe, als ich brauchen werde. Aber das macht auch nichts. Dann kann ich mir ein bisschen spielen und ein bisschen schauen, wie es mir dann am besten gefällt. Okay. So. Ich glaube, da legen wir noch das Blatt alleine. Da setzen wir noch das Helle dazu. Und ich glaube, dass das dann so in etwa, glaube ich, schon reichen wird. Jetzt gucken wir mal. Jetzt lege ich mir da einfach mal meinen Rahmen drauf und schaue mal, wie ich da so aussehe. Aha, da könnte noch was Kleines her. Da sitzen wir da noch das Tümmchen dran und machen da noch die Blätter her. Und dazu. Dann schauen wir mal. Ich würde mal sagen, das schaut so ganz gut aus, oder? Was sagt ihr? So ist das jetzt richtig schön gefüllt. Die Teile brauchen wir also nicht. Die gebe ich jetzt gleich auf die Seite, bevor uns das irritiert. Okay. Also, so wäre jetzt ungefähr das Bild, wenn man sagt, man legt jetzt diese leicht klebende Folie drauf. Und, wenn man das aber nicht hat, dann kann man sich auch super helfen mit so einem wenig klebenden Deeserband oder Scotchband oder wie auch immer. Und zwar lege ich mir jetzt zuerst nur gleich den zweiten Rahmen drauf, oder? Mache ich das nicht? Mache ich zuerst? Nein. Mache ich nicht. Ich nehme mir jetzt da den Rahmen nochmal runter, ganz vorsichtig. Genau. Und jetzt klebe ich mir da diese Teilchen einfach einmal zusammen. Ich fahre jetzt einfach mit dem wenig klebenden Dixel immer wieder drüber. Und zwar immer wieder da, wo ich sehe, dass noch kein Kleber ist. Das bringt mir da schon fast entgegen. Okay. Und jetzt mache ich da natürlich auch noch zwei, drei Streifen quer, damit dann, wenn das Ganze ausgestanzt ist, mir das Ding jetzt auseinanderfällt. Das ist zwar jetzt ein bisschen kleberintensiv, aber das passt schon so. Okay. Und so habe ich die jetzt total schön miteinander fixiert. Also da fällt mir jetzt nichts mehr raus. Ich fahre da vorsichtig drüber. und jetzt kann ich das da ganz vorsichtig loslösen von meiner Arbeitsplatte. Durch das, dass das wenig klebend ist, lasst sich das ja da schön runterlösen. Und dann, also das ist im Prinzip, macht das jetzt dasselbe, als die gekaufte Folie machen würde, die ich da eben auch über irgendeinen Onlineshop bestellen könnte. und so kann ich mir das jetzt drauflegen auf meine auf meine Stanzmaschine sozusagen und klebe mir das da einfach mal auf meiner Stanzmaschine fest. Okay. Schaut gut aus. Ihr müsst halt darauf achten, dass jetzt nichts Wunder wie drüber aussteht. Also dass das da schön draufliegt. So. Und jetzt jetzt lege ich mir da meinen Rahmen drauf. Weil jetzt kann ich mit dem Rahmen noch hin und her schieben, wie ich das gerne möchte. Und ich glaube, ich mache das wirklich genau so. Und auch den fixiere ich mir da jetzt gerade mal an der Ecke heraus, links und rechts. Und das ist jetzt gerade meine Art, wie ich das mache. Ihr könnt das natürlich auch anders machen. Vielleicht habt ihr noch eine andere Idee, wie das gut ginge. Ich habe halt heute überlegt, wie könnte ich das machen ohne dieser Folie. Und da ist mir das so eingefallen. Und das hat ganz gut funktioniert und damit bleibe ich bei dem System. Und dann lege ich mir jetzt das in der Mitte rein, so wie ich das gerne haben möchte. Ihr könnt jetzt das natürlich auch schräg reinlegen. Ihr könnt jetzt jetzt auch ein Oval nehmen. Ihr könnt jetzt nehmen, was auch immer ihr wollt. Mir gefällt das mit der Rahmen-in-Rahmen-Geschichte ganz gut. Von daher lasse ich mir das jetzt gerade so. Und schaue, dass da in etwa der gleiche Abstand rundherum ist. Das sehe ich jetzt da eigentlich über die Kamera sehr, sehr schön. Sehe ich gerade. Mal schauen, ob es so passt. Schaut ganz gut aus. Damit kann ich das jetzt gerade da nochmal so ankleben und fixiere mir das da gerade auch nochmal. Und dann werden wir das gerade so durch die Stanzmaschine drehen. Also das geht jetzt total super. Da kurbeln wir das einmal durch unsere große Stanzmaschine durch das wird ein bisschen laut sein aber das macht jetzt auch nichts einmal Vorsicht So und schon haben wir das ganze Ding da durch geschoben dann kann die wieder weg so und wir können uns das von dieser Platte runter frimmeln also es ist ein bisschen eine Trimelarbeit aber es lohnt sich und solche Teile kann man sich natürlich aufhalten und dann für die nächste nochmal verwenden am Rand da den Innenteil können wir eigentlich schon rauslösen die große können wir eigentlich auch schon vorsichtig rauslösen und da jetzt gerade darauf achten dass man sich halt nicht die Blümchen zu sehr auseinander zieht also wenn ihr das da runter zieht ganz wunderbar und dann schaut jetzt gerade nochmal drauf ob jetzt da alle Dinge die da am Rand entlang sind wo man jetzt den Rahmen schön sieht ob die auch alle irgendwie verklebt sind miteinander wenn da irgendwo was frei rum flattert sage ich jetzt einmal dann gibt es einfach noch so ein Streifell dick so drauf dann können wir das ganz vorsichtig runter heben da ist jetzt einfach ein bisschen vorsicht angesagt aber ihr seht schon das geht eigentlich recht gut und man sieht jetzt da sehr gut dass da die Verbindung fehlt da und da an der Stelle und damit nehmen wir das jetzt da gerade weg legen wir da nochmal schön her so dass das schön anliegt und gibt mir gerade da in dieser Zeit gerade da nochmal einen Streifen Kleber drauf und auch da herunten und so ist jetzt mein Rahmen schön miteinander verbunden und ich kann den ganz wunderbar weiter verarbeiten da ziehe ich mir das raus und jetzt sieht man schon das kommt natürlich weg jetzt haben wir da ganz schön den Rahmen und da ganz schön den Innenteil ok so weit so gut und jetzt kommt der nächste Spaß weil jetzt braucht man natürlich dass das damit das Ding dann auch diesen Floating Effekt hat also damit das dann schwebend ist drehen wir uns das Ganze jetzt einfach um und geben jetzt auf alle Teilchen die ihr da seht also wirklich auf alle Teilchen muss jetzt hinten ein Kleber drauf und in dem Fall natürlich etwas was uns erhöht also Dimensionals und in dem Fall wirklich gar nicht sparig sein gebt euch die Dimensionals drauf über die ganze Länge überall also da muss einfach großzügig sein und ein bisschen mehr kleben das macht in dem Fall total Sinn gerade einfach schauen dass nirgends die Dimensionals drüberstehen wenn euch vorkommt die großen Dimensionals sind zu groß dann weicht es einfach auf die kleinen aus ich gebe jetzt einmal überall den großen drauf wo man vorkommt da passt der große gut und fülle mir dann noch mit den kleinen auf wo man vorkommt ok da gebe ich jetzt einen kleinen hin und ihr seht schon da bin ich jetzt wirklich großzügig mit den Dimensionals aber das ist auch notwendig damit es dann wirklich diesen schwebenden Effekt hat also es geht ganz ganz super aber man muss ein bisschen kleben muss man einfach investieren in die Geschichte so da können wir auch noch ein großes Dimensionals her gehen und jetzt füllen wir mal mit die Mini Dimensionals auf die haben ja zum Glück genau dieselbe Höhe sind einfach nur kleiner ihr könnt jetzt natürlich auch die großen zerschneiden das geht klarerweise auch aber wer die Mini Dimensionals daheim hat der sollte die auf jeden Fall verwenden das macht genau Sinn dass man die für solche Techniken verwendet das ist halt wirklich ein bisschen Geduldsspiel aber ihr habt es schon gesehen es zahlt sich dann wirklich total aus wenn man da geduldig ist und das schön aufklebt das macht dann schon Sinn okay ich mache das jetzt natürlich wirklich nur bei einem Teil mit euch miteinander weil jetzt das Kleben zu schon relativ langweilig ist das ist mir schon klar aber damit man einmal halt wirklich das Ganze sieht wie das funktioniert habe ich mir gedacht machen wir eines miteinander so quasi fertig ich schaue übrigens auch wirklich super aus wenn man das nicht unbedingt nur rechteckig macht also wie gesagt das geht ein kreis oder so auch total gut und schaut auch total super aus und und wenn ihr dann am schluss soweit seid das sagt es ist eigentlich alles schön abgedeckt nur da rüben die ecke fehlt mir noch dann habe ich da so ein kleines Stück immer noch wo ich so kleine Reste runterschneide und dann schneide ich mir da wirklich so einen kleinen Rest zurecht der dann da hoffentlich einigermaßen gut drauf passt jetzt natürlich ums kennen zu groß dann muss ich das ein bisschen einkürzen das sieht man nicht sonst ok aber so ist jetzt eigentlich alles ganz gut drauf ich mag noch ein kleines Stück nur der Stabilität wegen gebe noch ein Stück daher auch das kürze mir da ein kleines bisschen ein dass es da nicht übersteht und diesen mini Rest gebe ich noch daher wir haben ja nichts zu verschenken so ok also so in etwa schaut das aus dasselbe prinzip mache ich dann bei dem Rahmen auch also auch da gebe ich auf alle kleinen Stück überall also auch auf die ganz kleinen das ist ein bisschen mühselig aber es zahlt sich aus da überall ein Kleber drauf zu geben schaut mir echt gut aus ihr seht es ja an dem Stück dass wenn auch auf so einen kleinen zum Beispiel was da rüben ist so ein einzelner kleiner auch wenn da drunter so der menschnell ist es gibt halt einfach dann es macht es ganz es ist die Wirkung ist einfach total wichtig und von daher muss man sich ein bisschen blogen aber es geht ok ja ich habe keine Ahnung wie dieses Foliendings heißt weil ich ehrlich gesagt nur wegen einer Technik nicht so eine rolle Folie kaufen mag also da bin ich irgendwie da bin ich ein bisschen eigen da blage ich mich lieber ein bisschen mehr mit dick aber ja aber das muss natürlich jeder selber entscheiden wenn ihr sagt das ist so eine super Technik da habe ich vor damit 20 Karten zu basteln dann macht vielleicht so eine Transferfolie Sinn oder ich weiß nicht heißt die Transferfolie ich habe keine Ahnung und wenn man jetzt sagt ich mache da vielleicht zweimal im Jahr so eine Karte damit dann finde ich geht es mit dem wenig klebenden Klebeband ganz genauso gut ist jetzt halt meine persönliche Meinung da investiere ich lieber in Stempel und Stempel Kissen kennt ihr das irgendwie es gibt Sachen die kauft man gern sowas wie Stempel und es gibt Sachen die kauft man nicht so gern sowas wie eben so Folien Zeugs so geht es halt mir geht es euch da auch so habt ihr auch das dass es manche Sachen gibt die man lieber kauft als andere wo wo sage das ist mir ausgegangen brauche ich aber Spaß macht es nicht da muss ich immer so lachen bei meinen ganzen Stempel Beginner wenn jemand so ganz neu bei Stempel bestellt dann finde ich ist das immer so bei der Schrubbkiste also die Schrubbkiste ist so etwas das braucht man einfach damit man richtig gut arbeiten kann braucht es so eine Schrubbkiste aber die ist natürlich nicht super zum kaufen das ist irgendwie so macht halt nicht so viel Spaß Carina schreibt ich hab da so lange wie es geht bei manchen Sachen ach ja so ist das so ist das eben ja genau die Folie ist scheinbar nehmen die die wirklich als Frischhaltefolie in Amerika also ganz für mich persönlich ganz schräg aber das ist das ist halt so da merkt man halt schon andere Länder andere Sitten das ist einfach so da denken sich die Amerikaner vielleicht oft bei uns was ist mit denen los mit den Europäern aber ja so ist das ok ich gucke mal es glänzt alles wie ein frisch gebohneter Boden von daher müsste es passen ok dann habe ich mir da eine Rollingskarte zugeschnitten und ganz ganz ausnahmsweise hat hat diese Rollingskarte nur 14 cm in der Breite nicht 14,5 weil das ein bisschen besser zusammenpasst mit dem Rahmen schaut dann einfach ein bisschen schöner aus den halben Zentimeter weniger und in dem Fall wo ich mir das eben so der Länge noch aufsetze passt das sowieso total perfekt und jetzt bin ich gerade beim Schauen ich glaube ich mag die Blätter weiter herunten obwohl der Schmetterling noch unten das mag bin ich nicht dann drehe ich es mir um damit der Schmetterling nach oben fliegt und jetzt passe ich mir das einfach da drauf ein so wie mir vorkommt jetzt ungefähr so dürfte es passen schaut glaube ich so ganz gut aus und dann drücke ich mir das da auf und ich finde das schaut jetzt schon so schon total bärig aus oder schaut jetzt so schon so schön aus obwohl noch der ganze Kleber drauf ist aber durch das dass der Kleber so matt ist schaut schon total cool aus ja und jetzt drücke ich das einfach ein bisschen an so dass halt die dimensionless gut verbindet und kriegt mit der Grundkarte und dann beginnt die Friemlerei und dann muss man natürlich den Kleber jetzt vorsichtig lösen und ja genau das ist der blaue Skotch ganz genau Eva-Maria und da ist jetzt ganz wichtig wirklich vorsichtig abziehen den Kleber dass man sich ja nicht irgendwie ein Papier mitnimmt aber ihr seht schon das geht wirklich relativ gut also obwohl es durch die Maschine durchgegangen ist lässt sich der wirklich recht gut lösen wer dann gleich eine zweite Karte macht kann sich diese Stücke ja gerne aufbewahren und nochmal verwenden die sind ja jetzt deshalb nicht kaputt und die löse ich mal halt wirklich einfach von der Karte als ganzes runter und schaue dass ich alles mitnehme da außen ist noch ein Stück das muss natürlich auch noch runter lösen aber ihr seht schon das lasst sich recht gut lösen wer braucht eine Folie bitte wenn es einen Kleber gibt den wir sowieso dauer brauchen so und das ist jetzt schon das letzte Stück und damit ist es fertig oder ja schaut gut aus und so ist jetzt diese Floating Technik gemacht und ihr seht schon man sieht ganz schön auch den gestickten Rahmen rundherum also das ist wirklich ein richtiger schwebendes Bild mit diesen Blümchen natürlich hat sich das noch viel feiner zusammensetzen lassen als mit die Schmetterlinge also ich zeige euch das im Vergleich mit die Schmetterlinge und bei den Schmetterlinge habe ich einfach die Zwischen Bereiche dann mit die Glitzersteinchen ausgefüllt mit diesen fasittierten weißen gefällt mir auch total gut also ich finde jetzt beide Varianten wirklich total schön ich habe übrigens auch eine ganz wunderschöne Variante gesehen auf Pinterest mit einem der Lieblingssets von meiner lieben Carina von der Ina Stempelt und zwar mit dem tropischen Set Carina eine wunderschöne Variante auf Pinterest Ja und bei meiner Rahmenkarte da habe ich die Zwischenteile einfach mit den kleinen Herzerl ausgestempelt da habe ich keine Steinchen gesetzt sondern eben die Herzerl reingestempelt das geht übrigens auch im Nachhinein noch sehr sehr gut und das sind jetzt zum Beispiel die Herzerl aus dem Stempelset Grüße im Glas die Herzerl habe ich da verwendet und einfach einzeln immer eingefärbt und dann dort hingestempelt wo ich es haben wollte dann habe ich ihn sauber gemacht habe ich das nächst kleinere Herzerl genommen und dort aufgefüllt wo man eben vorgekommen ist also das geht auch das geht sehr sehr gut ja ihr Lieben das ist also schon die ganze Hexerei zu dieser Floating Technik oder schwebenden Technik ich zeige euch jetzt da nur mal die Variante wie das dann wird mit dem Blütenrahmen finde ich auch total schön also auf das freue ich mich jetzt auch schon wenn die dann fertig ist und so seht ihr schon da entstehen wirklich ganz 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 wunderschöne Karten und ich kann nur sagen in Natura sind die wunderschön also das ist immer das das kommt immer übers Video leider gar nicht so rüber wie der Effekt ist mit dem dass das da so wie schwebend da drauf ist und aber trotzdem ist so ganz klar erkennbar dass das eine Fläche ist also es ist ganz 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 super sie trinken die Transferfolie ausgraben wie sie seit wie lange nicht mehr hergenommen oder was habe ich noch gelesen total lustig für alle anderen wie gesagt spart euch das Geld nehmt so dick so ein wenig klebendes geht genauso gut okay ihr Lieben in dem Fall ist das von mir heute schon gewesen hat noch jemand eine Frage dazu irgendwelche Wünsche die Jutta fragt ob der Effekt auch mit anderen Grundkarten geht Jutta ich denke ja also ich kann mir das gut vorstellen dass das auch auf einer färbigen Karte gut ausschaut ich kann es ja einmal auf Kirschblüte legen also ich finde dass das auf Kirschblüte dann genauso gut geht so ein bisschen lauter natürlich durch die Farbe aber prinzipiell warum nicht ihr könnt das natürlich auch im Bund machen gar keine Frage klar ich bin halt eher so wie ich bin ja eher die weiß tante mit wenig Farbe aber so rosa und grün liebe ich halt sehr finde ich immer schön okay ja und zu meiner Reihe stempeln von der Bicke auf wir sind mit die Techniken dann eigentlich in Kürze durch ich habe noch ein zwei Ideen zu Techniken und dann ist der nächste Block von Stempeln von der Bicke auf für die nächste Zeit einmal fertig es wird dann ein neuer Schwung kommen aber dann braucht wir ein bisschen Stempeln von der Bicke auf Pause wenn für alle anderen nützt bitte das versand kostenfreie liefern ich finde das ganz mega also das macht total Sinn das zu nützen 6 Euro sind 6 Euro das ist schon wieder ein Backerl das ist schon wieder ein Dombo oder oder fast Stempelkissen oder ihr wisst das sind so man rechnet ja im Bastelmaterial oder Besikt Strass Wug natürlich ja also total cool gut ihr Lieben in dem Sinn alles alles Liebe und einen ganz schönen Abend wünschen wir sehen uns wieder am Donnerstag zum Online Basteln alles Liebe bis zum Donnerstag